Stellen Sie sich vor, Ihr Unternehmen möchte in-house jemanden ausbilden, mehrere Maschinen zu bedienen. Wie identifizieren Sie eine Person, die dieses Soll-Profil einfach erreichen kann? Kandidatin Nummer 1 ist Sabine, eine Programmiererin. Ihre Lernpräferenzen? Sabine interessiert sich für Digitalisierung, sie liest gerne und sie kann eine halbe Stunde pro Woche investieren. Kandidat 2 ist Peter, gelernter Mechatroniker. Er interessiert sich für nachhaltige Fertigung, hört gerne Podcasts und hat zwei Stunden pro Woche Zeit für Weiterbildungen. Mithilfe von KI können wir personalisierte Lernpfade erstellen. An Ihnen sehen wir, wie lange die beiden jeweils brauchen würden, um das Soll-Profil MultimaschinenbedienerInnen zu erreichen. Die individuellen Pfade basieren auf Ihrer Selbsteinschätzung, der Einschätzung Ihrer Führungskraft und Ihren Lernpräferenzen. Sieht aus, als wäre Peter Ihr Wunschkandidat. Lernen Sie mehr über unsere KI-basierte Lösung zur Personalweiterbildung in unserem Kundenmagazin Futur.